Bei mir ist Prof. Dr. Friedrich Wenz. Er ist leitender Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikum Freiburg. Herr Prof. Wenz, Sie sind Referent bei uns am Healthcare Leader Forum Graubünden und Sie haben ein ganz spannendes Thema. Können Sie uns kurz erläutern, um was es geht? Im Wesentlichen wollen wir die Gesundheitsdaten hier im Land Baden-Württemberg in die Cloud bringen, weil wir uns davon versprechen, dass wir eine bessere Funktionalität für die Leistungserbringer, aber auch für Patientinnen und Patienten haben und dass vor allem die Cyber Security Aspekte hier besser abgebildet werden können. Das hört sich sehr, sehr intensiv an. Das ist ja eine grosse Region. Verraten Sie uns, was die grösste Herausforderung ist im Moment? Es sind tatsächlich mehrere Herausforderungen. Wir haben einerseits gesetzgeberische Herausforderungen und dann natürlich die Fragen nach der technologischen Lösung und der Umsetzung durch geeignetes Personal. Das ist im Augenblick wirklich auch eine sehr grosse Herausforderung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Sie. Ich freue mich, dass Sie zu uns kommen. Sie sind ja sehr eng verbunden mit dem Kanton Graubünden, wie Sie mir letztes Mal erzählt haben. Also Sie kommen ein wenig zurück in Ihre Wahlheimat. Ich freue mich, Sie am 7.6. zu sehen und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Sehr gerne. Sehr gerne.